Die Sura Al-Isra Vers 23 und 24 Und euer Herr und dein Herr hat bestimmt, dass ihr niemandem anderen dient, außer Iyahu, ihm alleine. Wie wir am Anfang in der Sura Al-Fatihah sagen, Iyaka na'abudu, dir alleine dienen wir. Das sagen wir hier, Iyaka na'abudu, dir alleine dienen wir. Man könnte auch sagen, Iyaka na'abudu, dir dienen wir. Aber Iyaka na'abudu ist eine Betonung, dass wir ihm alleine dienen. Iyaka na'abudu, dir alleine dienen wir. Und hier dasselbe im Prinzip, nur in einer anderen Form. Deine Herr hat bestimmt, dass ihr niemandem, außer ihm dienen, dass er ihm alleine dienen. Dann sagt er, Und Güte gegenüber den beiden Elternteilen. Walideini ihsane, gegenüber den Eltern. Immer yabruganna indaq al-kibara ahaduhuma aukilahuma falatakullahuma uff. Wenn einer von ihnen oder beide, alle beide, bei dir ein altes Alter erreicht haben, so sage nicht mal zu ihnen, Fui, walatan haruma, und fahre sie nicht an, wakullahuma kaulen kerima, und sag zu ihnen ein edles Wort. Dann sagt er weiter, wakfijana haddulli min rahma, und senke aus Barmherzigkeit die Flügel der Demut ihnen gegenüber. wakfijana haddulli min rahma, wakull, und sag, wakull, rabbir hamhumma, mein Herr, rabbi, rabbir hamhumma, erbarme dich ihnen beiden, kamarabayani sarira. Wie sie mich aufgezogen haben, oder weil sie mich aufgezogen haben, wo ich noch klein gewesen bin. Dies ist der Vers, ein Vers, der über die Einzigkeit, beziehungsweise Tawahid, das Einsmachen Gottes, das Bienen von Gott alleine, also das Dienen, dass man Gott alleine dient, ifradullahi bil ibadah, dass man dem Gottesdienst alleine Allah subhanahu wa ta'ala widmet, und der Vers, der gleichzeitig darüber redet, dass man bütig zu den Eltern sein muss. Hier fängt erst mal Allah subhanahu wa ta'ala an und sagt, wakadda rabbuka, und dieses Wort ist bekannt, kadda, al-kadda'u wal-kadar, als Bestimmung, und stimmt, das heißt bestimmen, kadda yaqti, er hat bestimmt, er bestimmt, kadda yaqti, und es gibt zwei Arten von Bestimmung im Islam, beziehungsweise, mit zwei Arten von Bestimmung haben wir es zu tun. Erstens, kadda kauni, das heißt die Bestimmung des Seins, was in der Welt beispielsweise passiert, und dann gibt es al-kadda shar'i, das heißt das Bestimmen, was die Religion vorschreibt, was sie verbietet, was sie gebietet, und so weiter und so fort. Der kadda shar'i, das heißt die Bestimmung in der Religion, ist eine Sache, die Allah liebt, Allah bestimmt nur Dinge, in der Religion, die er liebt. Wenn er sagt, er bestimmt, dass man ihm alleine dient, dann heißt es, dass er dies liebt. Aber dass dies zutrifft, oder nicht zutrifft, oder, aber, dieses, was er liebt, kann zutreffen, oder kann nicht zutreffen. Das Gegenteil sieht man beim Kadda shar'i al-kauni, bei der Bestimmung in den weltlichen Dingen, oder in dem Sein, in den Dingen, die wir um uns herum sehen, in der Welt, Kadda kauni. Hier kann es sein, dass das, was er bestimmt, dass er dies liebt, oder dass er dies nicht liebt. Zum Beispiel, hat er den Satan erschaffen, das hat er von Kadda kauni, das hat er von der Bestimmung des Seins, hat er dies bestimmt, dass der Satan existiert. Aber der Satan, beziehungsweise seine Taten, die er macht, Allah liebt nicht, was der Satan tut. Das heißt, die Dinge, die er bestimmt, kann er sowohl lieben, als auch nicht lieben. Jetzt wird jemand fragen, wie kann das sein, wie kann das sein, dass Gott etwas bestimmt, was er nicht liebt. Hier, die erste Antwort ist, Allah ist anders als wir. Wenn wir das Recht hätten, oder die Fähigkeit hätten, etwas wirklich zu bestimmen, wir würden nur das bestimmen, was wir lieben. Aber das, was Allah bestimmt, hinter allem, was er erschafft, was er will, ist, und der Wille unterscheidet sich auch in zwei Dinge, der Wille von dem, was geschieht, das kann beliebt bei ihm sein und nicht beliebt, und der Wille von dem, was er liebt. Das, was er in der Religion bestimmt. In diesem Fall, in diesem Qadr, wenn wir sagen, Allah bestimmt etwas, was er nicht liebt, also, dass etwas passiert, was er nicht liebt, so müssen wir wissen, dass alles, was passiert, bei ihm beliebt ist, li dhati, li mahbub, mahbub li dhati, mahbub bedeutet beliebt, li dhati, aus sich selbst heraus, o mahbub li reyrihi, beliebt bei ihm, für eine andere Sache. In diesem Fall, ist alles, was er bestimmt und auch die Existenz des Satans und die schlechten Taten des Satans sind beliebt bei ihm für eine andere Weisheit, die uns vielleicht nicht auf den ersten Blick einleuchtet. Beispielsweise, der Satan verführt die Menschen. Ist das beliebt bei Gott, dass der Satan die Menschen verführt? Nein, das ist nicht beliebt bei ihm. Allah liebt nicht, dass jemand versucht, einen anderen Menschen zu versuchen. Sei es der Satan oder sei es ein Mensch. Aber er hat es bestimmt, er hat es zugelassen, denn wenn er es nicht zugelassen hätte, könnte der Satan es nicht bestimmen. Könnte der Satan diese Taten nicht durchführen. Jetzt ist es aber dennoch beliebt bei ihm, aber mahbub li reyrihi, für eine andere Sache, mahbub, beliebt für eine Weisheit, Nämlich, dadurch, dass es den Satan gibt und dadurch, dass der Satan anfängt, die Menschen zu verführen, treten andere Menschen auf, die die Soldaten Allahs sind und die zum Weg Allahs rufen. Beispielsweise, die Da'wah ist eine der beliebtesten Taten bei Allah subhanahu wa ta'ala. Wenn es keine schlechten Taten gäbe und wenn es keinen Menschen geben würde, der eine Sünde macht, dann gäbe es auch die Da'wah nicht. Wofür soll man Da'wah machen, wenn sich sowieso jeder an die Bestimmung Allahs hält. Wenn es keinen Satan gäbe und Soldaten des Satans, wo würden dann die Soldaten Allahs auftreten, die gegen die Soldaten des Satans kämpfen? Beispielsweise mit der Sumo oder mit dem Stift. Das heißt, alles, was er bestimmt, ist entweder qata shar'i, das heißt in der Scharia, wenn Gott sagt, bete, faste und so weiter, das ist beliebt, mahbub li vati, für in sich selber. Vom Wesen, er selber bei Allah beliebt. Aber ob das zutrifft oder nicht, ist qada kawni, ist die Bestimmung des Seins, des, 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 des Seins, das, was wir um uns herum haben und so weiter, wie ich schon erklärt habe. Ob es wirklich zutrifft. Ja, es kann sein, das Beten ist beliebt, aber bei Allah ist es nicht beliebt, nicht zu beten. Jetzt kann es aber sein, dass Allah bestimmt hat, dass dieser Mensch nicht betet, aber das ist beliebt, die Rehrihi, weil dann Menschen kommen werden, die diesen Menschen auffordern, zu beten und weil dieser Mensch, inshallah, inshallah, Taube machen wird, Reue bezeigen wird und zurückkehrt zum wahren Weg. qada rabbuka alla ta'abudu illa iya Allah hat bestimmt, dass ihr nur ihm alleine dient. Jetzt fragen wir, welche Art, welche Art von qada, jetzt fragen wir, welche Art von qada ist das? qada kawni, des Seins oder qada sharhi, Bestimmung der Scharia, der Religion. Hier ist es Bestimmung der Religion, denn nicht jeder Mensch dient Allah alleine. Nicht jeder Mensch dient Allah, alleine. Das sehen wir um uns herum, also den Beweis haben wir schon in unserem Sein, dass das eine Bestimmung ist in der Form eines Befehls. Das heißt, Allah befiehlt uns Menschen, dass wir ihnen alleine dienen. Und das ist die Essenz des Tauhid. Nicht wie einige Menschen glauben, dass Tauhid einfach wäre, dass man daran glaubt, dass es einen Gott gibt. al-qadiru al-ihtira, der, der fähig ist, zu erfinden. So wird es von einigen irregegangenen Gruppen, von denen wir nur so umzingelt sind, wird es behauptet. Die, die Einzigartigkeit, beziehungsweise die Einzigheit in der Anbetung Tauhidu al-ibada völlig ausschließen. Und es ist bei ihnen unwichtig, obwohl, wenn wir den Koran betrachten, der ganze Koran, und deswegen haben wir die Serie gemacht, voller Verse steckt, die diese Einzigheit Gottes, die diesen Tauhidu al-ibada, immer und immer wieder betonen, wo immer wieder gesagt wird, dass der Sinn welcher ist, dass man Allah subhanahu wa ta'ala alleine dient. Und das ist das Wort La ilaha illallah. Niemand hat das Recht, angebetet zu werden, außer Allah. Dieser Vers, Wa qadda rabbuka alla ta'abudu illa iya, hat auch ein Nefi und ein Ifbat. Und zwar kommt der Ifbat am Anfang und der Nefi am Ende. Ifbat bedeutet Festsetzung, Bestimmung, Bestätigung, ja. Das heißt, Allah bestätigt den Gottesdienst für sich selber. Wa qadda rabbuka alla ta'abudu illa iya. Wa qadda rabbuka alla ta'abudu Entschuldigung. Allah hat bestimmt, dass ihr niemandem dient, außer ihm. Also, er bestätigt den Gottesdienst für sich selber und sagt illa iya, außer ihn alleine und negiert, dass man andere außer ihm außer ihm anruft. Genauso bei der Schehera, wenn wir sagen La ilaha, beginnt dies mit einer Negierung. Wir negieren jede Gottheit, jede Anbetung, la ilaha, es gibt keinen ilaha und ilaha heißt in der arabischen Sprache al-ma'bud, der, der angebetet wird, außer illallah, außer für Allah. Hier ist es wa qadda rabbuka, deine Erhard bestimmt, dass ihr alla ta'abudu, dass ihr niemandem dient, illa iya, außer ihn alleine. Das heißt, das gibt eigentlich die Bedeutung des ersten Teils der Scheherder wieder. Dann sehen wir in diesem Vers, wie ich schon gesagt habe, es ist eine Sache, die stattfinden kann oder nicht stattfinden kann. Sie kann stattfinden oder nicht stattfinden. Wir haben es mit Götzen niederzutun, wir haben es mit Menschen zu, die Jesus anbeten und so weiter, die ihn praktisch zu einer Götze gemacht haben. Das sehen wir um uns herum. Wir brauchen nur in die katholische Kirche zu gehen, wo man Bilder anbetet, wo Jesus drauf ist und Jesus selber hat, wir kennen Matthäus 26, Vers 39, selber zu Gott gebetet und hat niemals gesagt, dass man ihn anbeten soll. Das heißt, dieser Gedanke, Menschen anzubeten, ist etwas, was vom Scheitan eingeflüstert wurde. Und wir sehen heute Leute in der islamischen Welt, die behaupten, Gelehrte zu sein, die sich irgendwelchen Sufi-Orden zuschreiben oder anderen Dingen, nicht jeder Sufi-Orden, die andere neben Allah anbeten und dies statt Ibadah Hibbus Salihinen Liebe der rechtschaffenden Menschen, die zu Gräbern gehen, die Tawaf um Gräber machen, die Sujud zu Gräbern machen, die Dua zu Gräbern machen, die die Toten um Hilfe rufen, in Dingen, wo niemand helfen kann außer Allah. Oh, gib mir ein Kind, oh, gib mir dies, oh, gib mir das und so weiter und so fort. Und dies ist alles Schirk, Schirk, Schirk und dies ist der Schirk, den Allah ganz deutlich im Allah, im Koran erwähnt, Dein Herr hat bestimmt, dass ihr niemandem anderen dient außer ihm, dass ihr niemandem anderen dient außer ihm. Was ist dienen? Was ist Ibadah? Ta'abudu kommt von dem Wort Abada i'abudu und das Wort Ibadah kommt hiervon. Was ist Ibadah? Der Prophet sagt, die Dua ist eine Ibadah oder ist die Ibadah vielmehr? Wahrlich, die Dua ist die Ibadah, sagt er. Und wir sehen heute Leute, die sagen, ja, nee, ist doch nur Dua, wir fragen diese Toten. Wir fragen, hat der Prophet so gehandelt? Hat irgendjemand so gehandelt? Und wir können es immer wieder nur bestätigen und hier tritt ein Hadith in Kraft ganz deutlich vor unseren Augen, den der Prophet S.A.M. gesagt hat, wo er sagt, la ta'kuma sa'atu hatta talhika bil mushrikun hatta talhika akwamun qaba'ilu min ummati bil mushrikun wa hatta tu'abadul awtham Die Sa'a, die Stunde wird nicht auftreten, bis Stämme von meiner Umma die Mushrikun einholen, ja, und bis die Götzen angebetet werden und das sehen wir heutzutage und teilweise haben die Muslime tatsächlich die Mushrikun eingeholt weil die Mushrikun zur damaligen Zeit haben ihre falschen Götter nur angebetet in wenn sie ihre Ruhe hatten in der Ruhezeit aber in der wenn es wirklich eng wurde sehen wir im Koran viele Verse dass sie dann Allah alleine angebetet haben zum Beispiel wenn sie in einem Schiff saßen dieses Beispiel im Koran erwähnt und sie hat das Schiff war am Wanken es gab einen Sturm da haben sie Allah alleine angebetet aber heute diese Leute dienen ihren ihren Götzen weil sie haben diese Heiligen und diese Propheten und so weiter zu Götzen gemacht in jeder Zeit sie haben also tatsächlich wie der Prophet sagt die Mushrikun die Götzendiener eingeholt heutzutage siehst du Leute christliche Gruppen die nur und Christen sind auf eine Art Mushrikun weil sie machen Schirk sie beten Jesus an aber du siehst einige Christen es gibt natürlich verschiedene Arten die nur Jesus alleine anbeten das heißt sie dienen sie beten einen rechtschaffenden Diener Allahs an heutzutage siehst du Leute die rechtschaffende Menschen anbeten und Jesus ist besser als ein rechtschaffender Mensch du siehst Leute bei den bei den Mushrikun die Jesus anbeten aber die sagen Jesus ist nicht Gott ist nur untergeordnet von Gott aber das ist Schirk wie nennen diese Leute das heutzutage die sich Muslime nennen und andere nehmen Allah anbeten wie nennen sie diese Leute die sagen Jesus ist nicht Gott aber wir beten zu Jesus sie sagen das ist Schirk komischerweise sie selber aber beten Leute an die eine niedrigere Stellung haben als Jesus wie beispielsweise irgendwelche Heiligen weil ein Heiliger hat nicht die Stufe von einem Propheten leider bei einigen irregegangen Gruppen die um uns herum schwirren ist es anders da hat eventuell der Heiliger eine höhere Stufe ja das kann aber natürlich dass das mit Islam nichts zu tun hat müsste eigentlich für die meisten Leute kein Geheimnis sein ja dann siehst du andere die anstatt Jesus natürlich man soll nicht Jesus anbeten wenn wir jetzt den Christen sehen der Jesus anbetet so beten sie Menschen an die noch nicht mal Heilige sind sondern die Mujerimun sind aber die von ihnen als Heilige ernannt werden Leute die sagen alles in meiner Kutte ist Allah dann wird gesagt ist doch ein Heiliger wenn er das sagt kann es doch nicht falsch sein wenn einer von uns sagen würde wenn ich sagen würde alles man traut sich kaum aufzusprechen ich ziehe einen Mantel und sage alles was in meinem Mantel ist da ist nichts außer Allah drin dann würde jeder aufstehen und sagen der ist Käfi aber wenn dieser Mensch das sagt dann sagen alle er ist doch ein großer Gelehrter wie könnt ihr sagen dass er Käfi ist er ist doch der große Gelehrte das Problem ist bei uns wird der große Gelehrte nicht daran gemessen an dem Namen den er hat sondern er wird daran gemessen was er gesagt hat und wenn Kufor aus seinem Mund kommt dann sagen wir auch dass er Käfi ist ganz klar und deutlich das nur dazu dass er nur ihm alleine dient hierbei muss erwähnt werden dass jeder Mensch auf die eine oder andere Weise Allah dient ob er will oder nicht alleine sein Dasein ist eine Ibadah ist ein Gottesdienst Allahs aber er dient eventuell anderen Menschen deswegen wenn Allah zum Beispiel im Koran sagt dass niemand zu ihm kommt außer Abde außer als Diener dann ist dies die Wahrheit wenn jeder kommt zu ihm als Diener oder wenn er sagt alle sind im Koran nicht tun sind ihm ergiebig dann ist das auf eine Art und Weise das heißt in ihrem Sein wann sie sterben wann sie leben und so weiter ist eine Art Ibadah in dem Sinne aber es geht hier um die Ibadah wo wir die Wahl haben welche Wahl triffst du betest du den an der dir alleine helfen kann der dich alleine erschafft der dich ohne Hilfe von anderen erschaffen hat oder betest du Dinge an die sich selber nicht helfen können das ist die Frage und dass man gegenüber den Eltern den Walidein gütig ist hier haben wir das Wort Walid das heißt Vater oder Walida heißt Mutter und Walidan Walidan heißt die beiden Eltern und dies umfasst in diesem Vers die Güte auch das was darüber ist das heißt Oma Opa Uropa Uroma und so weiter fallen auch in diesen Vers hinein Walidan beziehungsweise Bilwalidaini Ihsan hier müssen wir etwas bemerken und das ist sehr wichtig für uns Muslime denn das was wir hier haben ist kein reiner Tauhid Unterricht sondern ich erwähne nur Verse und Hadithe wo der Tauhid erwähnt wird und hier müssen wir etwas sehen Allah sagt zuerst erwähnt er dass man Allah alleine dienen soll das ist der Tauhid das Gott einzig machen und danach erwähnt er die Güte gegenüber den Eltern und im Koran ist es öfteren so dass Dinge hintereinander gestellt werden wegen ihrer Reihenfolge zum Beispiel sagt man im Koran inna safa wal marwa min sha'a'i rila safa und marwa gehören zu den Kultzeichen Allahs safa und marwa sind zwei Hügel in Mekka sozusagen heute in der Meshul Haram drin in dem Gebäude wo man sa'i macht wo man zwischen hin und her läuft während der Hatsch und Allah beginnt mit safa und fängt dann an und erwähnt dann marwa das heißt man beginnt dieses sa'i dieses laufen zwischen safa und marwa von safa und hört auf bei marwa das ist oft so im Koran das etwas in einer Reihenfolge erwähnt wird und diese Reihenfolge hier zeigt dass das Recht gegenüber den Eltern direkt nach dem Recht Allah kommt wie wichtig dies und das sagen wir viel lieber das betont die Wichtigkeit der Eltern im Islam und wie der Islam die Eltern wie man im Islam die Eltern behandeln muss und darüber kann man eine eigenständige Unterrichtsreihe machen welches Recht die Eltern im Islam haben wie man sie behandeln muss aber alleine dieser Vers sagt schon so viel aus er sagt ja und den Eltern Güte gegenüber warum wird dies hier betont in einem Hadith sagt der Prophet s.a.w. inna Allah katabal ihsan ala kulli sheyin Allah hat die Güte jeder Sache vorgeschrieben das heißt dass man in allem gut handelt er sagt dann sogar gibt Beispiele faizha kataltum faahsinul qitla das heißt wenn ihr tötet so macht das Töten gut und wenn ihr schlachtet so schlachtet gut und dann erklärt er das was mit gutem Schlachten gemeint so soll derjenige der schlachtet sein Messer schärfen damit es keine unnötigen Schmerzen bei dem geschlachten Tier hervorruft und sein Schlachttier berügen deswegen ist es zum Beispiel im Islam nicht erlaubt dass man ein Tier schlachtet vor einem anderen Tier das dann in diesem Moment Angst hat weil es diesen Anblick schon hat in diesem Vers betont dann der Prophet Zasim nochmal die Güte gegenüber den Eltern weil das eine besondere Stellung hat und das wird auch aus dem Rest des Hadith des Ayats des Verses ganz deutlich dann sagt er dann sagt er wenn einer von ihnen oder beide alle beide bei dir ein hohes Alter erreicht haben so sage zu ihnen noch nicht mal auf sozusagen Pfui Pfui sage noch nicht mal zu ihnen Pfui und hier ist ein ganz wichtiger Vers heute in Deutschland die Altersheime sind sind voll bis oben hin warum weil man keine Verantwortung übernehmen will die Eltern haben einen großgezogen die Eltern haben einen gespeist die Eltern haben sich krumm gelegt für einen aber am Ende sagt der Mensch der in dieser materialistischen Gesellschaft aufwächst ich 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 alles andere ist uninteressant und diese Eltern sind Ballast für mich er denkt nicht daran dass er einst Ballast für die Eltern war dass die Eltern ihn einst aufgezogen haben dass sie ihm die die Windeln gewechselt haben nachts wenn er geschrien hat dass die Mutter ihn auf den Arm genommen hat und ist mitten in der Nacht mit ihm durch das Haus gegangen das ist vergessen sondern er schickt sie in das Altersheim in die Einsamkeit oder die Mutter lebt irgendwo einsam auf dem Bauernhof und die kriegt alle halbe Jahre kriegt die mal einen Besuch von den Kindern in Deutschland in Deutschland sind die Altersheime rappelvoll und insbesondere weil die materialistische Gesellschaft einen dazu erzieht ich 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 zum Egoismus erzieht dass man an niemanden denkt außer sich selber man denkt an den Urlaub man denkt an die eigene die eigenen Probleme ein bisschen Geld machen und wenn ich die Mutter noch zu Hause habe dann geht die mir sowieso nur auf die Nerven dann redet man sich ein ach ja hier geht das ja im Altenheim sowieso viel besser bei uns und hin und her und die ist ja belastet was sagt Allah hier ganz wichtig immer yablugan ainda kalkibara ahaduhuma aukilehuma kilehuma falate kullahuma uff er sagt wenn einer von ihnen bei euch oder beide das hohe Alter erreicht haben das heißt dass die eigentliche Situation im Islam folgendermaßen aussieht dass die Eltern im Alter wenn sie ein hohes Alter erreicht haben das Recht haben von ihren Kindern versorgt zu werden und dass sie bei ihren Kindern leben deswegen sagt er bei euch ainda kalkibara ahaduhuma ukilehuma falate kullahuma uff sagt noch nicht mal fui zu ihnen und hier möchte ich auf einen Vers aufmerksam machen in der Bibel wo sich vielleicht wenn ein Christus hier hören sollte sich Gedanken machen sollte ob die Bibel wirklich authentisch ist und wirklich das Wort von Jesus weitergibt denn Jesus ist für uns ein geliebter Prophet einer der besten Menschen der jemals gelebt hat und in Johannes Evangelium Kapitel 2 Vers 4 oder Kapitel 4 Vers 2 ich bin mir jetzt nicht ganz sicher dort steht dass Jesus zu seiner Mutter nicht nur fui gesagt haben soll sondern was habe ich mit dir zu tun Frau ist natürlich für uns sehr schwer zu glauben aber man soll sich mal den Unterschied ansehen zwischen Bibel und Koran und wie gesagt wir glauben nicht dass irgendwelche Dinge aus dem Mund von Jesus kamen die Respektlosigkeit die auf Respektlosigkeit gegenüber seiner Mutter hinweisen aber wenn jemand an die Bibel glaubt und wir glauben dass die Bibel Ursprung von Gott ist dass dort sehr viele gute Botschaften drin sind aber im Endeffekt ist vieles von der Wahrheit dort entstellt und teilweise so entstellt dass es in die Irre führen kann deswegen lege ich jedem Menschen ans Herz sich mit dem Koran zu befassen denn der Koran ist das wahre unverfälschte reine Wort des Allmärchen Gottes und ist der Weg zu ewiger Glückseligkeit im Paradies und die Rettung vor der ewigen Bestrafung Qual und Pein in der Tiefe und der Hitze der Hölle das ist der Koran das gebe ich hier mit jedem als Tipp dann sagt er und fahre sie nicht an das heißt sie haben vielleicht einen Fehler aber dann fahre sie nicht an ach was hast du gemacht hin und her und für uns Muslime auch haben wir wirklich dieses Verhalten gegenüber unseren Eltern ich frage mich selber und ich muss sagen ich muss mich verbessern aber gut ist wenn man erkennt dass man sich verbessern muss bevor der jüngste Tag kommt und die Eltern schlecht zu behandeln ist eine der größten Sünde überhaupt denn wir sehen hier in dem Vers dass Allah zuerst den Tawhid nennt und direkt danach die Güte zu den Eltern und wir haben schon erwähnt dass diese Reihenfolgen im Koran immer eine riesengroße Rolle spiegelt ja und fahre sie nicht an sondern und sprich zu ihnen ein edles Wort sprich zu ihnen ein edles Wort hier muss man zunächst noch auf eine andere Sache hinweisen der ganz am Anfang vom Vers empfängt wo Allah sagt hier sagt nämlich Allah zuerst dein Herr hat bestimmt dass ihr niemandem anderen dient außer Allah warum dieser Wechsel im Uslug zuerst wird Mohammed angesprochen und dann spricht er die ganze Umar dies hat zwei Weisheiten die erste Weisheit dass damit gezeigt wird dass Mohammed auch ein Diener Allahs ist und dass ihm kein Gottesdienst zukommt die zweite Weisheit das ist eine wichtige Regel dass alle Befehle die der Prophet Mohammed zuerst bekommt oder Verbote die ihm Verbote die ihm gemacht werden auch gleichzeitig für die ganze Umar gelten es sei denn wir haben einen Befehl einen Beweis dass es hier um Hassah ist um Besonderheiten zum Beispiel besondere Verbote um besondere Pflichten für den Propheten handelt beispielsweise gibt es Dinge die für den Propheten verboten sind die für niemand anderen verboten sind es ist für ihn verboten Schirr zu lernen Poesie es ist für ihn verboten lesen und schreiben zu lernen für andere ist es erwünscht und es gibt Dinge die für ihn Pflicht sind für ihn sind zum Beispiel alle Dinge die für uns Sunna sind für ihn Pflicht für ihn ist es Pflicht in der Nacht aufzustehen für ihn ist es Pflicht verschiedene Fastentage zu fasten die für uns Sunna sind zu fasten das wollte ich nur kurz erwähnt haben fahre sie nicht an sondern sage ein edles Wort zu ihm wir sollten uns immer wieder und deswegen ist es gut wenn wir immer wieder den Koran lesen weil man vergisst immer wieder deswegen Insane kommt von Nisian vergessen wir vergessen immer wieder und wenn wir immer wieder lesen uns immer wieder beschäftigen deswegen sind auch so täglich Unterrichte wichtig man hört jeden Tag etwas und man denkt ach ja stimmt ich muss mich wieder darauf konzentrieren die Eltern gut zu behandeln oder man macht eine bestimmte Tat man macht sie längere Zeit man vergisst sie dann erinnert man sich wieder man hört wieder von ihr und sagt ich muss wieder damit anfangen und dann sagt Allah dann sagt er und senke den Flügel der Barmherzigkeit für sie ja senke den Flügel der Demut aus Barmherzigkeit für sie und sprich das heißt oh mein Herr also senke den Flügel der Barmherzigkeit den Flügel der Demut aus Barmherzigkeit ihnen gegenüber für sie und sprich oh mein Herr Rabbi mein Herr erbame dich ihnen beiden wie sie mich aufgezogen haben wo ich noch klein war erstens sieht man hier eine Sache dass man immer mit den Eltern barmherzig sein soll gütig sein soll zweitens dass man Dua für sie machen soll Bittgebet auch für die Eltern die nicht Muslime sind dass man Allah bittet dass er sie recht leitet das sollte ein sehr wichtiges Bittgebet sein ein Bittgebet sein dass wir immer wieder immer wieder durchführen dass wir Allah darum bitten die Eltern recht zu leiten und dann wieder die Erinnerung wie sie mich auf wie sie sich um mich gekümmert haben erzogen haben aufgezogen haben als ich noch klein war dass wir uns immer wieder daran erinnern was haben unsere Eltern für uns getan als wir so klein waren und und dieses vielleicht für den der Kinder hat erlebt dies eventuell bewusster weil er selber sieht wie viel Arbeit Kinder manchmal machen wie Sorgen sich eine Mutter für die Kinder macht wie die Mutter nicht schlafen kann weil es dem Kind schlecht geht und wie man sich um jede Kleinigkeit kümmert wie die Schmerzen des Kindes gleichzeitig die Schmerzen der Eltern sind und daran sollten wir immer wieder denken denn dies ist etwas was uns noch stärker dazu motiviert die Eltern gut zu behandeln und wir sehen hier dass die Eltern gut zu behandeln dass dies eine Pflicht ist die Allah uns auferlegt hat ich hoffe dass dieser Unterricht uns dabei hilft die Eltern besser zu behandeln und uns dabei hilft den Sinn unserer Schöpfung weiter zu verstehen und uns weiter dazu motiviert Allah alleine zu dienen nun kommen wir zu fünf Vokabeln die wir kurz nennen weil wir wollen immer in jeder Einheit fünf Vokabeln nennen es gibt natürlich sehr viele Vokabeln die ich heute nennen könnte aber erst mal fünf wir haben sowieso einige wer die anderen Vokabeln auch noch lernen will der kann gerne zu Surah Versuche 17 Vers 23 und 24 die erste Vokabel die wir nennen ich wollte eigentlich das Wort Kada wollte ich nicht unbedingt das heißt ja bestimmen Kada Yakti wollte ich nicht unbedingt mit rein nehmen weil es etwas kompliziert ist vom Aufbau für Leute die ganz am Anfang sind Dein Herr hat bestimmt dass ihr niemand dient Illa Iyya 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 heißt mir alleine Ich alleine Iyya Iyya heißt Tisch alleine dir alleine und Iyya heißt ihm alleine dass sie ihm alleine oder ihn alleine anbetet könnt ihr das auch nochmal nachschlagen Das wäre das erste Iyya Dich alleine bieten wir um Hilfe dir alleine dienen wir diesem Zusammenhang Dann Iyya Iyya Wabil Walideyn Walideyn Hier haben wir mehrere Vokabeln Das ist das erste Vokabel wie gesagt Iyya Die zweite Vokabel ist Walid Walid ist der Vater Und da gibt es auch ein anderes Wort Ab Walid 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 Ein Vater El Walid Der Vater Ab Ab Abun Ein Vater El Abun Der Vater Das heißt Ab und Walid sind dieselben Worte Dann die Mutter Umm Ummun Eine Mutter El Ummu Die Mutter Umm Mutter Dann Was ist das andere Wort für Mutter Walid Die Mutter Und wenn wir sagen Walidan Dann sind das die Eltern mit gemeint Die beiden Eltern Und wenn man das dann Wenn man dann zum Beispiel ein Harfujar davor hat Bil Walideyn Dann wird aus dem Walidan ein Deyn Ja Aber das ist eine Eine Derse Eine Unterseite Die wir später dann durchführen Ich wollte es nur kurz erwähnen Ja Das dazu Das sind schon mal die Vokabeln Die wir haben Dann Was ist der Sohn Walid Der Sohn Ja Was ist die Tochter Oder das ist ein Junge Ein Junge ist Walid Der Sohn ist Ibn Sohn Ja Ibn Dann Die Tochter ist Bin Hier ist noch etwas Was ich noch erwähnen wollte Weil Walid Soll man nicht verwechseln Mit dem Wort Mit dem Adjektiv Walid Walid wird auch oft Als Name benutzt Walid ist ein sehr Verbreiteter Name In der Arabischen Welt Walid Ist der Vater El Walid Ist der Vater Oder Walidun Ein Vater Und Walid Walid Wo man am Ende Das I betont Heißt Neugeboren Diese Worte Wollte ich kurz erwähnen Wie gesagt Um eine Sprache zu verstehen Braucht man verschiedene Dinge Man braucht Vokabeln Man braucht die Aussprache Man braucht Grammatik Und vor allen Dingen Viel Übung Ja Und ihr habt hier die Möglichkeit Dass ihr halt So gut wie jeden Tag Immer wieder Fünf neue Vokabeln lernt Und das sind meistens Vokabeln Die ihr auch im Koran oft lest Wenn ihr dann den Koran lest Und ihr seht diese Vokabel Die ihr auswendig gelernt habt Ich gebe euch auch noch einen Tipp Dass ihr diese Vokabeln Immer aufschreibt Es ist sehr gut aufzuschreiben Und immer wieder zu wiederholen Ihr schreibt sie auf Zum Beispiel auf einem Blatt Schreibt ihr das Wort Walid 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 Immer wieder Immer wieder Ja Und lest es dann ab Walid 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 Oder ihr macht euch das untereinander Legt die Vokabeln nebeneinander Vater Mutter Und so weiter Haltet zu Die eine Seite haltet ihr zu Wo die deutsche Vokabel steht Zum Beispiel Und erwähnt dann das Oder andersherum Immer wieder so abfragen Durcheinander Damit man sich Die Vokabeln reinbekommt Weil Vokabeln sind wie gesagt Ein sehr wichtiger Bestandteil Um eine Sprache zu lernen Und es ist sehr wichtig Für unsere Religion Dass wir die arabische Sprache verstehen Wie gesagt Sehr viele sind die Irre gegangen Weil sie zu schlechtes Verständnis Von der arabischen Sprache haben Und das vertieft unser Wissen in der Religion Deswegen Das ist kein direkter arabischer Unterricht Das ist ein Unterricht In dem wir Verse und Hadithe erstmal erwähnen Die mit Tauhid zu tun haben Und danach erklären Und danach doch sprachliche Aspekte Das heißt Vokabel mit hineinbringen Und ich gebe jedem den Tipp Regelmäßig daran teilzunehmen Denn die Regelmäßigkeit ist im Endeffekt Das A und O beim Lernen Denn eine Sprache funktioniert folgendermaßen Oder eine Sprache funktioniert So, dass man immer wieder etwas lernt Was sich plötzlich einprägt Später denkt man nicht mehr darüber nach Am Anfang muss man darüber nachdenken Aber eine Sprache ist etwas Was sich immer wieder einprägen muss Später man sagt einfach einen Satz Genauso ist es beim Lesen Wir beispielsweise heute Wir lesen nicht mehr Wenn wir einen Text lesen Und ich sage es ist eigentlich kein Lesen Wir erkennen nur Wir sehen ein Wort und wir erkennen sofort Deswegen kann es auch manchmal sein Dass man sich verliest Wenn Worte ähnlich aussehen Zum Beispiel wenn ich jetzt hinschreiben würde F-N-S-T-R F-N-S-T-R Da würde jeder erkennen Fenster Obwohl gar nicht Fenster steht Aber in deinem Gehirn Wird es erkannt als Fenster Das heißt wir lesen eigentlich nicht mehr Lesen macht man im ersten Schuljahr Lesen sieht so aus Sie haben Aber jetzt liest man nicht Man sieht das Und man erkennt sofort das Wort Sie haben Das sind die Worte A-Khulu-Kawli-Hadha Wa-Astaghfirullah-Li-Lakum Wa-Li-Sar-Muslimin Subhanakal-Uma Wa-Bihamdik A-Shar-Wen-La-I-Lah-I-Lah And A-S-Taghfirullah-Katub-I-Lay-Kum A-Shar-Wen-La-I-Lah-I-Lah-I-Lah-I-Lah-I-Lah-I-Lah-I-Lah